Elektrisierender Motorsport kehrt zurück nach Mexiko-Stadt mit dem Start von Runde 4 der ABB 4 Formel E Meisterschaft. Die Fans vor Ort erwartet die Premiere des innovativen Gen 2, angetrieben von einer revolutionären Batterie. Vor dem Rennen lernt ABB einen Pionier mit einer Vision für eine intelligentere Landwirtschaft kennen. Machen Sie sich bereit für die nächste Runde im Kampf um die Meisterschaft diesen Samstag. Vielen Dank.